433 ich denke ich krieg die nicht mit dem einen angriff weg die müssten also auch ein bisschen auf sie sich gegenseitig drauf gehen das wäre perfekt und du musst endlich mal verschwinden danke wenn Verträge gekündigt zumindest mal etwas gutes wie krieg ich die pizze ins platz Junge da könnt ihr nicht mal den Ofen benutzen so viele seid ihr hallo hallo tschüss mach mal hier ein bisschen scheiße hallo 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 ne ich denke nicht doch äh 433 ich krieg die bombe nicht da rein ich will den kampf haus hoch verlieren beziehungsweise ich verprüf nochmal was nach und zwar ja ja ich will jetzt was nach gucken ich weiß nicht ich weiß nicht wo ich sowas finde ne hier vielleicht aber die 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 das die die jahre anderen auch in die natürlich schwächer sind die meisten kommen noch zu mir das ist kurz warum gibst du nicht auf du hast nichts mehr sagen meine statistiken denn beide komplett seht ihr das kleine bestechungen können schon viel ausmachen der kracht auch irgendwie zusammen der habe ich war nichts getan er hält sich noch stabil und kracht eigentlich so zu sagen ich kann ihm gar nichts antun aber ich bin ja noch unter kontrolle deswegen alles cool komisch na gut dann machen wir das so wieder immer schauen wir haben sich das besser ich bringe zutaten ja macht es weiterhin nur langsamer langsamer ihr seid desto besser für mich sind gut ausgebildet also der hat gute leute aber auch dauert die ausbildung wird ihm auch wieder viel kostet dieser fall tot ja aber sehr viel langsamer bitte macht das liebes wenn sie schon so lahm sind so und weiter zum nächsten da ist nichts los ich mache das nur bei den angestellten die ich auch ich kann da auf alle zugreifen aber muss nicht sein langsamer mädchen nicht so schnell lasst dir ruhig zeit lasst dir ruhig zeit langsam alles langsamer ich krieg sehr viel wert auf geschwindigkeit ihr seht hier dass es nicht ohne grund ist wie viele bringen denn noch zutaten angelagen ist abarbeiten bitte jetzt erst mal alles hoffentlich nicht aus rache auf mir ok gut habe ich ein bisschen für chaos verursacht und ich mache weiterhin chaos ich mache jetzt überall ständig nur die geschwindigkeit das kostet mich sehr wenig ich muss nicht dann auch beim arbeitsamt ständig nachgucken ob er gar zur verfügung steht und kriege ihn auf dauer so kalt ich mache Angst dass ihr könnt euch ausruhen während der arbeit alter warum ist der so fett als ob der wettbewerbe gewinnen würde aber es gibt pizzer wettbewerb ich vermisse ihre spezze 35 und wieder pasta park hat sich das ding geholt ok interessant hier überall von dieses gehischel von denen managern 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 hi da kommt ein gangster dafür einfach so habe ich mal gemacht weil die sowieso schon so gut ist und ich sie nicht so schnell runterkriege so eine kackalake bitte und gleich danach ein schläger der das ganze mal wieder sabotiert ist ja eh kostenlos und daher auch nicht schlimm ich bringe zutaten ok solange du es langsam machst ist alles cool so wie sieht es da aus ich guck mal kurz mein ding noch nicht dass da irgendwas abgeht hier gibt es ärger das ist zwar nicht aber kurz meine angestellten sind perfekter motor tolli und so keine vorkommen ist es gibt keine neuen angriffe auf mich und da heißt cool aber woher hat er die reichweite gibt es einen anderen den man schlecht machen kann für soviel vielleicht mich auch wenn ich nicht weiß warum ich bin überall in der stadt eigentlich beliebt oh ne bei kids und teens eh nicht ich bringe nur mal ein ex beliebtes vorkamt tourist gut der mag fast alle ich suche arbeit ja das war ein falsches das ist ein schläger das ist ein gangster laufen auch andere leute bitte auf der straße rum die alten na die pols mögen mich eh das wissen wir ja ja ok ich bin zwar nicht überall überliebt aber immer noch überwiegend da wird wieder ein vertrag gekündigt bye bye kalak laka kalak laka schon da und der Kamerjäger kann nicht kommen das freut mich bis die aufgeben dauert es immer ewig hier ja ja Wo bin ich drin? Ah, der ist mein Führender. Die Managerin arbeitet noch zu gut. Ich hatte nicht Streit. Ja, auf jeden Fall kämpfen wir. Oh, der kämpft wenig zurück, weil er halt nur auf das Entführen fixiert ist wahrscheinlich. Er wird leider verlieren und die haut eh ab. Von daher krieg ich es nicht mehr schade. Guten Tag. Ja, das lief nicht so wie ich wollte. Da muss ich mal wieder 9 anheuern. 4-4-3, sieht super aus. 4-3-3, auch nicht viel besser. Ich krieg mal den Platz. Welche ist das nächste Ziel? Ich will einfach nur den Schwächtangreifen, damit es leerer wird. Mehr will ich nicht. Und das kriege ich gerade nicht hin. Mehr Geld kann ich auch nicht produzieren so schnell, weil die kosten nun mal eine Menge. Und Schieds gibt es da ja nicht in dem Spiel, soweit ich weiß. Deshalb, ja. Sieht sich etwas auf dem Schlauch. Hallo mein Freund. Feierabend? Ja, sehr gut. Nichts gearbeitet und Feierabend machen. Genau so ist es richtig. Ihr seid fast alle noch bestochen. Ich bringe Zutaten. Achso, das ist Geld. Ja, ja. Klar, dem kann ich nichts tun. Immer noch wird es bearbeitet. Du scheiße. Wieder zu viele sind hier. Ah, was soll ich denn hier machen? So viele Angestellten bringt natürlich mein Wahnsinn auch nichts. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Aber ich kriege es 45 nicht mehr hin. 41 war gerade das stärkste, was ich hinkriege. Oh. Pasta Park hat sich verschlechtert. Gut. Dann hätte ich es hinbekommen auch mit der Filiale. Pasta Park ist mal wieder. Ich vergesse es immer. Der da, ok. Warum eigentlich? Der ist der einzige, der nicht unter mir leiden muss. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. 55.000 ist mal gut, aber Filiale draufbauen kostet mich knappes Doppel. Da hätte es nichts. Gutes. Gutes. Sieben Wachen. 5, 4, 3. Der geht auch ab jetzt. 5, 4, 3. 4, 3. Der ist immer noch der schlechte. Aber ich sag euch, ich kriege den nicht mit neuen Gangstern Platz. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. An sich, ja, aber ich raff diese Definition nicht. Das letzte Mal ging das schon schief und ich gehe kein Risiko ein. weil das problem ist hier ist die bewertung bei 89 war das auch ist auch bei 87 das ist natürlich niedrig aber das ist wieder hoch an sich sollte die hoch sein dass man im durchschnitt davon rechnen aber sie haben ein neues missions angekündigt erhalten nein ich brauche ich brauche eine gute mission eine mögliche vielleicht sogar eine simple ganz ganz simple mission und eine fette belohnung kostenlos bombe war ja schon eine nette belohnung vielleicht so was in der art ja warum macht er sich so breit das gefällt mir nicht sie haben ein neues missions angebot erheißen ja nein 4 3 4 3 3 im Anschluss Nein, komm ich nicht weit genug. Habe ich schon voll. Kann ich denn die Preise wählen? Das wird doch mindestens ein. Erfolg. Ich muss die Gruft jetzt unter Kontrolle kriegen. Bei 64 ist es jetzt. Sink sofort. Schade. Was ist hier? Was ist denn bei 75? Die sinken aber nicht so schnell ab. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen teurer machen. Pasta Park. Pasta Park. Machen wir Pasta Park schlecht. Was wollte ich gerade? Warten wir mal eine Mission? Habe ich raus für seinen draufgeklickt? Was? Soll ich Werbung machen? Muss ich mich als 10.000 mehr? Angebot erhalten? Nein, nein. Ich brauche mal eine geile Mission. Ich brauche mal einfach. Ehh. Na mal so. Jetzt ist das Geld an sich nicht mal das Problem. Sondern. Die starken Bewachungen. Kriege ich? 10 Leute mit 10 Gangstern aus dem Haus? Ist die Frage. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. 4 davon sind stärker als ich. 3 davon sind genauso stark. Und 3 davon schwächer. Schächer. Holzfunk. Nein. Ich will aber kein Schläger. Ich will ja was geiles. Wäre sogar vielleicht besser, wenn ich ein bisschen leerer hier kriege. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Weil hier ist es so voll. Nein. Wie sieht es denn mit meinem Feinden aus? Wem kann ich wieder zu Brei besticken? Ja. Da bieten die Geschwindigkeit wieder ein. Vielleicht hat sie wieder ausgebildet oder neue geholt. Was davon auch immer. ein neues missions angebot erhalten ich verhindere es sehr schön langsam auch so schlecht ja das ist doch schon langsam genau genau ihr bitte auch boah die kann nicht mehr also irgendwann sieht das schauspiel dann so langsam aus das scheiß restaurant ich lasse es ihm aber noch ich sehe kein viel mehr, warum läuft der noch rum? was ist da an der ecke? weil es ist in den wildensanzeigen normalerweise zu sehen das ist denke ich ein fehler so wie geht es unseren freunden denn? ach so der macht wieder Plus der steigt wieder auf so geht es uns heute wir brauchen einen plan um ihn endgültig fertig zu machen irgendwelche vorschläge ja ich 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 habe eine ganz tolle idee ich finde diese idee ganz toll es wird viel spaß an und vor allem ist der sieg uns gewiss ich finde das ist eine ganz großartige idee setzen wir diese in die tat dann ist es beschlossen so machen wir es und zu beginn des nächsten parts werdet ihr eine große überraschung sehen ja doch ich werde das machen und zwar im nächsten part werden wir es sehen ich schicke den schon mal zurück vielleicht im richtigen moment schicke ich den zurück damit er möglichst unverletzt zu mir ankommt und dann greife ich sobald ich das geld habe an und im nächsten part sehen wir dann wie ich das hauptkartier versuche zu sprengen wenn es nicht funktioniert dann halt nicht oder wir sehen es auch gleich ich denke ich habe die parts schlecht geschnitten naja wie auch immer wir sehen uns beim nächsten mal bis dann ciao